Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wrestler Profil und heute besprechen wir den aktuellen Raw General Manager Mankind aka Mick Foley aka Dude Love aka Cactus Jack. Ja, viele verschiedene Namen hat der gute Mann. Sehr bürgerlicher Name ist natürlich Michael Francis Foley. Am 7. Juni 1965 ist er geboren. Er ist 51 Jahre alt, kommt aus Bloomington, Indiana, USA und ist 1,88 Meter groß. Ja, er hatte eine Karriere sehr, sehr früh angefangen kann man so viel sagen. Er war in diversen Independent-Ligen aktiv mit seinen ganzen Charakteren, also als Cactus Jack, als Dude Love. Also die ganzen Charaktere sind auch vor seiner WWE-Zeit bekannt. Ähm, er trat 1990 kurzzeitig in der WCW an, ähm, und, ja, war eigentlich kurzzeitig da, teamte kurz mit Cowboy Bob Orton und wechselte dann später zu Tri-State Wrestling Allianz, was ein Vorläufer der ECW war. Ähm, er tauchte aber dann am 5. Oh, ich merke grad den Ton, hab ich an, muss ich ausmachen. Äh, Entschuldigung, auf jeden Fall merkte er dann an, äh, dass er am 5. November 1991 als Heal aufgetaucht ist, als er dann Sting attackiert hat in der WCW. Hat er dann auch eine Fede gegen ihn gehabt, hatte dann auch eine Fede gehabt gegen Van Hammer oder Apu Dalla de Butcher, ähm, und 1992 bei Badge Blast. Ähm, ist dann gegen Sting angetreten, er hatte dann im Frühjahr 1993 dann auch sehr viele brutale Matches gegen Vader gehabt, wo er sich auch, ja, wie man ja weiß, seinen Körper riskiert hat und sich auch natürlich auch verletzt hat. Am 16.03.1994 in München, also hier in Deutschland, ähm, verletzte er sich sehr, sehr stark und so weit, dass er zwei Drittels seines rechten Ohrs verlor. Das heißt, er kann nicht mehr so gut hören auf seinem rechten Ohr. Kann man so viel anmerken. Äh, daraufhin später hat er noch ein Tag Team gebildet mit Kevin, äh, Sullivan, ähm, waren dann auch noch WCW Tag Team Champions. Er verließ daraufhin die, äh, WCW und war dann anschließend bei der ECW, wo er, äh, Mikey Whitbrakes Mentor war und, ja, hatte dort einen kurzen Run, hatte natürlich auch viele verschiedene, ähm, Fäden gehabt. Äh, hat auch da hier ein bisschen seine, äh, Hardcore-Präsenz gezeigt, also, dass er halt eine Hardcore-Legende ist. Hat er auch schon in der ECW gezeigt. Ähm, er unterschrieb dann im Frühjahr 1996 einen Vertrag bei der WWE, bitte, damals noch, äh, WWF. Und, ja, ich muss mich ganz kurz auf Starvation konzentrieren. Okay, das war's jetzt auch schon wieder. Er taucht aber kurz nach WrestleMania 12 auf. Also, ähm, ja, nach dem Match, also, macht der WrestleMania, wo der Undertaker gegen Diesel angetreten ist. Und der Undertaker Diesel besiegt hat, äh, 1996, ähm, und, ja, daraufhin hat er eine Fäde gegen den Undertaker gehabt. In dieser Fäde ist sogar Paul Ha... äh, Paul Ha... äh, Paul Ha... äh, Paul Bearer gegen ihn geturnt. Also, an dem Verraten war dann auf der Seite von Mick Foley und hatten dann einige Fäden gehabt. Er hatte zum Beispiel auch ein Bird-Alive-Match gehabt, was er verloren hat. Äh, hat sich aber danach mit anderen Heels den Undertaker trotzdem noch eingegraben. Trotzdem hat Mankind dieses Match verloren. Dann, äh, re-debütierte er quasi, äh, nach WrestleMania 13 als Dude Love. Wie ich ja schon mal erwähnt hatte, diesen Charakter hat er schon mal verkörpert. Ähm, okay. Diesen Charakter hat er schon mal verkörpert. Deshalb, äh, kann ich jetzt nicht sagen, äh, ja, den hat er jetzt zum ersten Mal gebracht. Den hat er schon damals gebracht. Wurde quasi einfach wieder hier quasi in die WWE reingebracht. Und, ja, hier der Dirty Deeds, ne? Oder der Double Underhook Dini Tee oder Manhandle Dini Tee. Und damit war's das schon. Genau, damit war's das mit diesem Match. Dann, ähm, hat er sich dann mit Stone Cold Steve Austin zusammengetan. Fädete gegen Owen Hart oder British Bulldog. Er startete nach dem SummerSendon 1997 eine Fede gegen Hunter Harris Hamsey, a.k.a. Triple H. Äh, und hatte dort auch seinen dritten Charakter verkörpert. Und zwar Cactus Jack. Er verbündete sich danach mit Terry Funk, a.k.a. Chanso Charlie. Besiegte ihn auch bei, also besiegte mit ihm bei WrestleMania 14. Die New Age Outlaws wurde wenig später auch zum Heal. Trat dann bei, äh, in WWE im allerersten Hardcore-Match als McFarley ging Terry Funk an, um sich zu beweisen. Er gewann auch dies und erhielt dadurch von Vince McMahon ein Match um den WWE-Titel gegen Steve Austin bei, ich glaube, das war an Forgiven, sobald ich das weiß, 98, was er verloren hat. Hatte danach, glaube ich, noch ein Match, gab, was er verloren hat. Also hat die Fede gegen Steve Austin verloren. Und, ja. Daraufhin, ähm, genau, also er hatte ein Match, gab, was er verloren und das andere Match war, wo Vince McMahon's Special Guest Referee war. Vince McMahon ausgeschaltet wurde und daraufhin hat Steve Austin den Pin gemacht und hat gewonnen. Ähm, ja. Tatsich danach, ähm, oder er wurde danach gefeuert, also Dude Love wurde gefeuert, er tat dann wieder als Mankind. an, wo er dann eine Fede gehabt hat mit dem Undertaker. Und, ja. Hatte dann eins der brutalsten Hell in a Sam Matches in der Geschichte gewirkt. Er wurde in diesem Match, äh, ins Kommandatorenpult geschmissen, also vom Top of the Cage wurde er ins Kommandatorenpult geschmissen. Anscheinend auch noch einen Chokeslam durch den Käfig, was nicht geplant war übrigens. Also, der Spot war geplant, dass der Chokeslam in der Mitte sein muss, aber der war nicht geplant, dass der Käfig durchbricht. Und, dass da drunter noch ein Stuhl war. Also, in diesem Match hat auch Mick Foley zwei Zähne verloren, was man auch gesehen hat in diesem Match. Und so weiter hat er sich natürlich auch sehr, sehr heftig verletzt. Es gilt als eins der härtesten, brutalsten Matches der WWE-Geschichte. Äh, danach hat er noch eine Storyline mit Vince McMahon gehabt und, ja. Er wurde von ihm auch manipuliert, weil, äh, Mick Foley oder Mankind ihn als Vater für gut betrachtete. Äh, dann bekam er dabei auch noch den Hardcore-Titel von, äh, Vince McMahon geschenkt. Also, er ist der allererste WWE-Hardcore-Champion. Äh, soweit ich das weiß. Er wurde auch letztendlich bei The Survivor Series in der Parodie des Montreal Screwjob von ihm betrogen. Fehlte dagegen The Rock, also man hat quasi den Montreal Screwjob wiederholt. Diesmal war es aber geplant, also im Gegensatz zu 1997. Am 4.1.1999 gewann er den Titel von The Rock, äh, also den WWE-Titel. Konnte ihn dann beim Royal Rumble-Iquid-Match wieder verlieren, da er anscheinend, äh, Iquid gesagt hat, was. Aber ein Screwjob war da, Mike Mankind, nie Iquid gesagt hat, sondern eine Audio-Aufnahme verwendet wurde von The Rock. Bei der Halbzeit des Super Bowls 1999 konnte er dann in einer leeren Arena wieder das Match gewinnen. Am 15.2.1999 konnte er sich dann in einem Leather-Match, äh, ja, wieder den Titel abgeben. Er verbündete sich auch mit The Rock und gewann auch die WWE-Tag-Team-Titel. Er hatte sich sogar auch mit dem Undertaker, äh, Quatsch, nicht mit Undertaker, äh, mit Kane auch verbündet als Tag-Team. Das gab's auch, haben auch Tag-Team-Titel gewonnen, äh, soweit ich das weiß. Und dann, äh, war es aber ein bisschen mehr Zeit, wo, äh, Mick Foley ein bisschen mehr, ähm, ja, vom Resting ein bisschen mehr Abstand hielt. Da, wie man ja weiß, sehr, sehr, äh, krasse Spots genommen hat, sehr viele Bumps genommen hat. Und darauf war es schon, zu diesem Zeitpunkt auch schon ersichtlich, dass er nicht mehr lange wrestlen wird. Und daraufhin hat man eine Fäde mit Triple H erneut gestartet bei No Way Out. Ein weiteres Hell in the Cell Match, was er verloren hat, aufgrund des Deplation-Muster dann vom Resting zurückgetreten. Und daraufhin trat er aber doch trotzdem nochmal an bei WrestleMania 2000, aka WrestleMania 16 im Main Event, äh, wo, äh, Linda McMahon, ja, Mick Foley quasi, als seine Repräsentanten präsentiert hat in diesem Battle 4-Way Match. Ähm, er wurde dann am 26.06.2000 von Vince McMahon zum Commissioner ernannt und war es bis Dezember 2000, wurde dann wieder gefeuert von ihm. Er war dann, äh, bei WrestleMania 17 der Special Guest-Referee-Match zwischen Vince und Shane McMahon, wurde dann am 11.10.2001 erneut Commissioner, da der bisherige Armsträger William Regal zur Allianz wechselte. Er hatte dann viele Unification-Matches bei den Pay-Per-Views gemacht, da, ähm, ist ja die W2-Titel ja immer noch gab, in der Invasion-Storyline, und die hat man quasi mit den WWE-Titeln verbündet und wird also Unificated. Und, ja, nach der Invasion-Storyline, ähm, nach Vengeance quasi, ist er dann zurückgetreten. Er kehrte am 8., äh, am 9.08.2003 wieder zurück zur WWE, um sich bei Bad Blood als Special Guest-Referee zwischen Triple H und Kevin Nash zu agieren. Wurde dann am 1.12.2003 als Nachfolger von Steve Austin von The Landman zum Co-GM genannt. Er startete danach kurz eine Fede gegen Randy Orton, bestritt bei Backlight 2004 ein No-Hold-Sport-Match gegen ihn, äh, was er auch verloren hat. Er war auch bei RonanStand 2005 der Kommentator und daraufhin auch seinen Vertrag verlängert um vier Jahre. Er hatte danach eine Fede, äh, im Februar 2006 eine Fede gegen Edge, verlor bei ResMade22. Ähm, das Match gegen ihn, also dieses, äh, Hardcore-Match mit dem Spot am Ende, den Spear durch den brennenden Tische, ähm, und so weiter, so weiter. Später haben sie dann noch kurzzeitig ein Tag Team gebildet und haben noch gegen das neue ECW-Brand gefedet. Und danach startete er im Sommer eine Storyline mit Ric Flair und, ja, verlor dann beim SummerSlam ein I-Quit-Match gegen ihn und so weiter und so fort. Er hatte dann danach, ähm, einen Gastauftritt gemacht 2007, 2008, ein paar Gastauftritte danach noch gehabt. War sogar, äh, 2008 im April noch Co-Commentator bei SmackDown. Dann lief sein Vertrag aus und am 5., äh, am 5.9.2008 war er dann hier in TNAW in der Ausschuss zu sehen und war dann bis 2010 dort. Bei TNAW, beziehungsweise Total Non-Stop Wrestling Action oder Total Non-Stop Action, wie man das auch sagen kann. Er kehrte im November 2011 zur WWE zurück und hat dann immer wieder Nebenrollen gehabt, immer wieder Auftritte gehabt, auch mal zum Beispiel Royal Rumble mit teilgenommen. Und so weiter und so fort. Im Juni, im Jahr 2003, äh, 2013 kam er dann in die WWE Hall of Fame. Und ab dem 19. Juli 2016 wurde er dann von Stephanie McMahon zum General Manager von Raw ernannt und ist es bis heute. Zumindest zum Zeitpunkt 3.10.2016, Tag der Deutschen Einheit. Genau, was bei Raw passiert ist, kann ich leider nur zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Das werdet ihr dann in der Raw Review erfahren, was alles bei Raw passiert ist. Genau, was kann man zu ihm noch sagen? Er geht von vielen Leuten als die Hardcore-Legende und bei mir auch, also er ist auf jeden Fall eine Hardcore-Legende. Er ist einer der populärsten WWE und Wrestler aller Zeiten und war mit, äh, Steve Austin und The Rock ein Inbegriff der Edited Era in der WWE. Also, war auch einer derjenigen, der auch beteiligt war, also Steve Austin, The Rock, Undertaker, Mankind. Das sind so die Leute, Jericho würde ich auch noch dazu zählen, sind so die Leute, die, äh, die Edited Era geprägt haben. Und so war das auch, wenn man sagen muss, Jericho hat nicht lange geprägt, aber er hat ein bisschen was geprägt, würde ich sagen. Er ist ein erfolgreicher Schriftsteller, der vor allem von Kinderbüchen und seitdem seine Autobiografie, Have a Nice Day, 1999 zum Bestseller wurde. Er setzt sich regelmäßig für Hilfsorganisationen ein und war beteiligt am Wrestle-Angle mit dem höchsten Einzelrating während der Monday Night Wars This Is Your Life mit The Rock am 27.09.1999 mit einem Rating von 8,4. Beteiligt. Also er war einer der Hauptverantwortlichen, dass die WWE und Raw das höchste Rating aller Zeiten erreicht haben mit diesem Segment This Is Your Life mit The Rock. Was Mankind ja quasi der Veranstalter war. Genau. Titel, die er gewonnen hat, er war einmal TNA, oh, das muss ich noch reden, ich hab einen Fakt vergessen. Er ist einer von zwei Wrestlern, der in der WWE, WCW, ECW und bei TNA einen Titel, Titel, Titel hielt. Der andere ist Raven. Was hat er alles gewonnen? Äh, und der erste TN, äh, erste WWE Hardcore Champion. Genau. Einmal TNA World Heavyweight Champion, war tatsächlich, was mich ein bisschen überrascht hat. Einmal TNA Legends Champion, einmal WCW World Tag Team Champion mit Kevin Sutherham, zweimaliger ECW World Tag Team Champion mit Mikey Whipwreck, einmaliger WWE Hardcore Champion, achtmaliger WWE World Tag Team Champion, einmal Stone Cold Divorce, einmal mit Tariq Fung, zweimal mit Kane, einmal mit Al Snow und dreimal mit The Rock. Dann war er noch dreimal WWE Champion und natürlich WWE Hall of Famer 2013. Und 13. Ja, natürlich auch viel Information zu ihm und meine Meinung. Bewertung seht ihr hier, ich kann ihn tatsächlich bewerten und ist auch einer der wenigen, die ich jetzt noch bewerten kann. Kann man so viel sagen, also ich glaub, nach zwei, drei kann ich noch bewerten, nach eher weniger. Aber gut, so viel zu Mick Foley aka Mankind. Und ihr merkt auch an der Bewertung, die eigentlich positiv ist. Ich mag Mankind. Wenn Mick Foley, ein Mann, der fürs Wrestling gelebt hat, der das Wrestling geliebt hat, der seinen Körper riskiert hat, der sein Leben riskiert hat, wenn man sich nur an dieses Hell in a Cell Match Spot erinnert, was er da alles riskiert hat, wo so viel schief gehen könnte können. Also, Vince McMahon hat es ihm ja erlaubt und hat danach auch gesagt, nie wieder wird es sowas geben, dass so ein Spot passiert, weil das war schon gefährlich. Spots, die Mick Foley eingesteckt hat, auch im Hell in a Cell Match 2000 gegen Triple H hat er auch gefährliche Spots. Gerell, der ist ein Spot Monkey, der hat so viele Spots eingesteckt und damit auch das Produkt geholfen. Er hat natürlich auch eines der größten Momente gesorgt mit dem Titelgewinn damals am 4. Januar 1999, wo sogar die WCW geplagt hat, dass Mick Foley den Titel gewinnt und woraufhin dann eine halbe Million umgeschaltet haben, um Mick Foley's Titel gewinnt zu sehen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Genau, was man so noch sagen kann, ist natürlich, er ist eine Hardcore-Legende, er hat vier Gimmicks gehabt. Cactus Jack, Mick Foley, Mankind und Dude Love und vier Charaktere, vier Gimmicks hat er grandios gespielt. Er hat so gut diese Charaktere gespielt. Ein Genie, also super, der, ein, krass. Aber Mike ist er auch wirklich gut, also der kann dir eine freundliche Promo geben, der kann dir eine emotionale Promo geben, der kann dir einfach jede Promoart geben. Das hat man auch letzte Woche bei Raw gesehen, wie er da einfach eine emotionale Promo gehalten hat. Natürlich, manchmal übertreibt er es ein bisschen, das ist klar, aber der bringt das so authentisch rüber, der bringt das so glaubwürdig rüber. Aber Mike wirklich ein super Mann und Charisma, der Mann hat Ausstrahlung, unglaublich. Schwäche, muss man leider sagen, seine größte Schwäche, würde ich persönlich sagen, ist In-Ring-Worker. Er war natürlich, er hat viele Spots eingesteckt, aber er war jetzt nie wirklich der beste In-Ring-Worker. Er hatte gute Matches gehabt mit The Rock, mit Undertaker, mit Steve Austin, mit Triple H, hat er super Chemie gehabt. Mit Edge natürlich 2006 Super Match gehabt, aber er war jetzt nie so der große In-Ring-Worker. Ich weiß nicht, wie ich ihn im Wrestling geben würde, 7 würde ich jetzt sagen, aber ich mache mir nochmal Gedanken darüber, klar. Also In-Ring-Technik würde ich sagen, ist seine größte Schwäche, sonst bei allen die Stärke. Also Mike ist ein super Gimmick-Granios, Mike würde ich jetzt keine 10 vor 10 geben. Also es wurde, viele gesagt, er ist einer der besten Mike-Worker aller Zeiten. Ein sehr guter Mike-Worker würde ich schon sagen, aber ich würde ihm jetzt keine 10 geben, ich würde ihm glaube ich einen 9 geben. Meinung ist auch positiv, also der ist ein unglaublich super Typ, also der spricht auch teilweise, also ich weiß nicht, ob er jetzt noch Deutsch kann. Also ich kann mich noch erinnern, dass er mal eine deutsche Promo gehalten hat. Die findet er glaube ich auch auf YouTube, also Anertaker, du bist in Lebensgefahr. Haben sie einen netten Tag? Also ich glaube, der spricht sogar Deutsch. Also, also, ja doch, soweit ich weiß, kann er Deutsch sprechen, glaube ich. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, fand ich auch cool. Also sympathischer Kerl auf jeden Fall, ich habe ihn schon ein paar Mal gehört. Ich habe ihn noch nie gesehen, getroffen, klar, aber so war es mal von ihm ein sympathischer Kerl. Und ich mag ihn, ist natürlich, also schade, dass er nicht länger wrestlen konnte, aber er hat die größten Erfolge, er hat den WWE-Titel gewonnen. Er ist bei vielen Leuten in den Geschichtsbüchern, war ein populärer Wrestler, wie ich schon gesagt habe, gehört ja zu einer der populärsten Wrestler der Zeit. Das sieht man auch an seinen Reaktionen, die er gerade teilweise kriegt und den Support und so weiter und so fort und N.T.R. Also, er war natürlich auch ein Grund, warum es WWE heutzutage noch gibt, das ist ganz klar. Also natürlich, Steve Austin, The Rock, Undertaker, Mankind, das sind so die, äh, quasi auch so die Verantwortlichen waren, dass letztendlich der Monday Night War letztendlich gewonnen wurde gegen die WCW. Und, ja, wie gesagt, Mankind, ich mag ihn, wie gesagt, Wrestling, Wrestling ist seine Schwäche, würde ich sagen, der Rest ist die Stärke, also kein perfektes Gesamtpaket, aber kein schlechtes, ähm, aber gerade die anderen Sachen hat er gezeigt. Ich würde jetzt nicht sagen, er wäre jetzt das perfekte Face of the Company, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also, ich mag ihn unglaublich, aber ich würde jetzt nicht sagen, er ist das Face of the Company, war natürlich The Rock besser, und The Wars, also, da waren beide die passenden Leute natürlich, aber Mankind hat in diese Main Event Rolle super gepasst und war er auch für eine kurze, also, ob ich ihn als Topster bezeichnen kann, weiß ich, aber auf jeden Fall so, aber mit Card auf jeden Fall, das würde ich schon sagen, ähm, auch ein kurzzeig natürlich Main Event, aber gut, soviel zu diesem Thema, schreibt doch mal in den Kommentar, was haltet ihr von Mick Foley, Mankind, Dude Love, Cactus Jack, interessiert mich mal, er hat ja vier Gimmicks, welches Gimmick fandet ihr am besten? Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde jetzt sagen, Mankind fand ich am besten, Mankind würde ich jetzt, glaube ich, sagen, ist am besten, aber schreibt mal in die Kommentare, welches ihr am besten fandet, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, und ciao!